Mahlzeit, bin ich hier richtig? Danke. Tag, Sie wollen bestimmt schon auf. Salut, fahren Sie in meine Richtung? Aber, Servus, ich hoffe cool. Hi, das Ticket, bitteschön. Cool. Breze, ist das gültig? Die haben mir echt das falsche Ticket gebucht. Mahlzeit, hier ist mein Ticket. Vielen Dank. Mahlzeit. Danke schön. Hallo, bin ich hier richtig? Wohin fahren Sie noch neu? Salut, das Ticket, bitteschön. Ich bin hier total falsch. Sehr freundlich. Ciao, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ciao. Ciao, ich bin hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020